Nora Tschirner verteidigt sich gegen Aussagen der Produktionsfirma Konstantin, dass sie sich nicht früher wegen arbeitsschutzrechtlicher Bedenken zu Wort gemeldet habe. Sie teilte in einem neuen Post auf Instagram nun sogar einen Screenshot, der eigenen Aussagen zufolge eine Nachricht an einen Produzenten zeigt. Der Chef der Produktionsfirma Konstantin, Martin Moskowitz, hatte in einem Interview mit der FAZ-Kürzlichstellung zu den Vorwürfen gegen Till Schweiger bezogen. Er nehme die Anschuldigungen sehr ernst. Es gebe bei Konstantin einen Code of Conduct und Alkohol am Set sei verboten. Dennoch ließ Moskowitz aber auch anklingen, dass Nora Tschirner sich seines Wissens nie zuvor zu einem Fehlverhalten geäußert habe. Tschirner sei in all den Jahren nie zu mir gekommen und hat gesagt, die Zustände bei der Konstantin Film sind so untragbar, dass ich hier nicht mehr arbeiten will. Sie hingegen hatte kürzlich in einem Instagram-Video behauptet, dass vieles davon, was Branchenkollegen kürzlich angesichts der Anschuldigungen gegen Till Schweiger öffentlich angesprochen hatten, tatsächlich der Wahrheit entspricht. Der Chef erweke einen Eindruck, dass sie ein- und ausgehe, man kennt sich, man schätzt sich, man hängt rum, so ungefähr. Tatsächlich habe sie in den letzten Jahren kaum Berührungspunkte mit dem Unternehmen gehabt. Erst vor kurzem seien die gemeinsamen Arbeiten wieder aufgenommen worden. Ich drehe aktuell mit der Konstantin und habe nach dem ersten Drehtag eine umfassende Nachricht an den Produzenten geschrieben und mich kritisch geäußert. Um ihr Statement zu untermauern, teilte Nora Tschirner sogar einen Chatverlauf, den sie vor kurzem an einen Produzenten von Konstantin geschickt habe. Demnach ist es offenbar zu Problemen hinsichtlich der Arbeitsbedingungen gekommen. Dies wurde aber allem Anschein nach nicht an den Chef Martin Moskowitz weitergeleitet. Ein Beitrag geteilt von Nora Tschirner. Ednaur Matt Tschirner, Nora Tschirner wünsche sich, dass es infolge der Anschuldigungen zu einer konstruktiven Debatte über Arbeitsschutzmaßnahmen in der Filmbranche kommen kann, und vielleicht grundsätzlich unsere Haltung zum Thema Arbeit und Miteinander.